Ein Artikel in der Wirtschaftswoche, ganz aktuell, Vorstände ist die Überschrift, Vorstände die Unnahbaren. Vorstände sind das Aushängeschild von Konzernen, frei kommunizieren sie in ihrer Rolle aber nicht. Vor allem deutsche Kunden, Angestellte und Investoren haben kaum die Möglichkeit, sich über soziale Medien spontan mit ihren CEOs auszutauschen. Hm, ist das so sinnvoll, dass CEOs sich spontan austauschen über Social-Media-Kanäle? Ich habe eine Meinung, bleib mal dran. Die Wirtschaftswoche hat verglichen, nämlich Vorstände weltweit unter den ersten 50 Unternehmen der Fortune 500 haben 50% der CEOs mindestens einen Account in sozialen Netzwerken. Also 50% haben da was, die meisten haben einen Twitter-Account. In Deutschland bei den DAX-Vorständen, 195 DAX-Vorstände wurden verglichen und nur 34% haben bei LinkedIn, Xing oder Twitter überhaupt einen Account. Also, sind die Deutschen rückständig, weil die Vorstände nicht über Social-Media kommunizieren? Ganz einfach, in so einer Position, mit so einer Verantwortung musst du deinen Fokus halten. Du musst die Ziele im Auge behalten und du kannst dich nicht ablenken lassen. Und irgendwie spontan mit Angestellten, Kunden und Investoren über irgendeinen Social-Media-Kanal zu kommunizieren, ist gefährlich. Ist gefährlich. Wenn Donald Trump eine negative Nachricht über Boeing veröffentlicht bei Twitter, stürzt der Börsenkurs ab von Boeing. Das ist der Wahnsinn. Das heißt, Top-CEOs mit einer unbedachten Äußerung im Social-Media können Börsenkurse und zwar Milliardenwerte beeinflussen. Das ist das eine. Unbewusste Aussagen. Und das zweite ist, spontan arbeitest du oder wirst du gearbeitet? Agierst du oder reagierst du? Die, die richtig erfolgreich sind, das sind die, die agieren. Also, es gibt einen Grund, warum ich meinen Xing-Account vor einigen Monaten gelöscht habe. Damit ich mich auf meine Kernaufgaben konzentrieren kann und einfach fokussierter bin. Bist du fokussiert oder verschwendest du einfach extrem viel Zeit mit sinnloser Kommunikation und sinnlosem Surfen in den sozialen Medien und im Internet? Das ist eine Falle. Und deswegen bin ich froh, dass die deutschen Vorstände gerade mal zu einem Drittel unterwegs sind in sozialen Netzwerken. Zumindest offiziell. Vielleicht hat der ein oder andere einen Fake-Account, mit dem er zumindest lesen und beobachten kann. Aber noch besser ist es, du fokussierst dich auf das, was deine Ziele sind. Und du bleibst in diesem Fokus. Die erfolgreichen Fokus, Fokus, Fokus. In dem Sinne, einen lieben Gruß aus unserer Kaffeeküche. Und wenn du etwas brauchst, was dir hilft, im Fokus zu bleiben, dann solltest du unser Zielsystem kennen. Das ist eine Möglichkeit, wie du wirklich mehr agierst als reagierst und wie du dich auf deine Ziele und deine Aufgaben sinnvoll fokussierst. Ja, und ich habe noch eine Bitte, nämlich, abonnier den Kanal. Wir wollen so schnell wie möglich mindestens 100 Abonnenten haben. Und wenn du den Kanal abonnierst und dann möglicherweise auch noch im Social Media teilst, dann erfahren mehr davon. In dem Sinne, ich wünsche dir fette Beute.